Er ist rei... Weißt du, er ist 100 Euro für ne... Für ne Messe und alles was er macht redet mit ihr. Was nicht schlecht ist, aber... Ich weiß, wir sind letztes Mal auf der Gamescom... Wir sind nur rumgerannt und haben nur Sachen mit uns angeguckt. Ah ja, das wollte ich auch noch machen. Wir können auch einen Vlog aufnehmen. Hey, Musikintro. Läuft. Der Hintergrund ist nicht gut. Sarkastischer Kommentar. War okay. Du weißt nicht, was du sagen sollst. Singenden Kommentar. Ist okay. Und du hast eine perfekte Hintergrundebene. Lustiger Kommentar. Ah, sehr schön. Weiter. Muss zu Hause bearbeiten. Sehr schön. Und wir... Komm. Oh, das war zu früh. Wir verpissen uns jetzt. See ya. Okay. Da ist die Konsole. Yeah. Na ja. Hey, geh nicht. Geh nicht. Okay. Teile dir eine Wohnung. Ja. Erstmal holen wir die EP ab. Und wir leveln auf. Episches aufleveln. Ja. Neun Talentpunkt. Mehr Glühlampen und neue Klamotten. Sehr schön. Was haben wir hier? Komm. Wir sind jetzt Hardcore Gamer. Wie? Ach, okay. Wir müssen jetzt hier noch. Hm, 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 hm. Komm, wir müssen jetzt mal auf Stereo. Und fortsetzen. Vlog. 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 Hashtag, äh, Tag 1. So. Games. World. Ja, komm, dann machen wir so. Das wird bestimmt der Inhalt des Videos sein. So, dann schneiden wir das Ding mal. Ja. Ui, 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 ui. Wir haben ja auch schon so einen kleinen... Es war kein Vlog. Es war ja wirklich ein Eventvideo. Von der Roleplay Convention gemacht. Und, ja. Das ging gar nicht mal so schlecht. Jetzt haben wir ein bisschen besseres Equipment. Und die nächsten wären definitiv besser. Okay, wir könnten eine eigene Wohnung nehmen. Ja, komm, das machen wir auch. Äh, als ich mehr Erfahrungen sammelt und einige Ziele erreicht hatte, schaltete ich eine neue Wohnung frei, die mehr Talente zur Verfügung stellte, sowie eine höhere Hochleitergeschwindigkeit, mehr Platz für meine Objekte und die Möglichkeit Mitarbeiter einzusch... Mitarbeiter einstellen hatte? Auch zudem gab es neue Herausforderungen, welche wir mussten... , nnnnnnnn. Nnnonnenn nå. Das heißt, wir rendern das eine Video und ziehen gleichzeitig in die neue Wohnung. Das heißt, der PC kann sogar offline rendern, also kann ohne Strom rendern und hochladen. Hey, unser neues Zimmer. Geil! Ich habe mir noch einen Albtraum von diesem Spiel, von diesem Spiel auf der Bettdecke. In genau diesem Raum habe ich realisiert, dass ich wirklich vom YouTuber leben könnte. Ich habe mich vollkommen in meinem Kanal gewickten und 50.000 Abonnenten erhalten. Abgesehen davon hatte ich Zeit, Kurse zu belegen und meine Fähigkeiten zu belegen. Okay. Da, 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 wurde ich auch nicht mehr kontrolliert und konnte mir tun, was ich wollte. Okay. Von da an konnte ich essen, was ich wollte. Ja! Öffne den Kühlschrank. Kühlschrank, da. Und, ist ein Sandwich. Sandwich. Ja, ich will ein bisschen Essen kaufen. Da, 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 da. Schön, dass nicht alles funktioniert. Komm, wir kaufen ein bisschen Essen. Wir haben ja gar ein bisschen Geld. Komm, das YouTuber-Gertränk Nummer 1. Red Bull. Hot Dogs sind auch ganz geil. Ja, komm, Salat. Kaffee. Und Limo. Kaufen. Na, guck, unterhalten wir uns mal mit ihr. Achso, nee, chatten geht ja gar nicht. Meine Oma macht ja bessere Videos als du. Haha, wenn du, ja, das ist ein Batman. Das ist so cool. Mach weiter so. Okay. Oh, wir haben gerade Geld bekommen von unten. Und was wir machen sollten? Wir sollten vielleicht doch mal Klamotten kaufen. Aber wer dieses Bello-T-Shirt und diese Hose ist, ist nicht so toll. Closing Shop. Okay, das ist, das ist, das ist, das ist, das gefällt mir. Okay, und da haben wir noch Hosen. Okay, diese Klamotten sind natürlich noch nicht da. Ach doch, sie sind da. Sehr schön. Das kann man tragen. Das würde ich auch privat sogar so tragen. Ja, ja, das ist auch schon so. Und zum Event. Mit Emilia. Ich weiß, warum du... Ah, okay. Der Flur ist ein bisschen länger. Also, ich rede jetzt mal mit Emilia. Und, was können wir dir noch? Können wir dir noch flirten, ne? Ach komm, nur umarmen wir es mal. Das gefällt dir. Komm, also mit dem letzten Geld kriegst du das Kitzchen geschenkt. Ach, wir haben ja viel Geld. So, flirten wir noch ein bisschen mit ihr. Ja, wir könnten heute mit so vielen anderen Leuten hier reden, Kontakte knüpfen und so weiter und so fort. Hat sie noch Infos für uns? So, von wegen, was gerade angesagt ist, was läuft. Nee, das hat sie nicht. Okay. Jetzt haben wir gerade Zeit. Ich muss halt ein bisschen unser... Das mit ihr ein bisschen auszubauen. Ach komm. Oh, das war falsch. Okay. Okay. Was haben wir hier? Frage den Abonnenten nach Likes. Okay, das war falsch. Äh, du schmolzt. Ey, das war gut. Sehr schön. Und hier, du schaltest die Kamera aus. Ein Abspann. Hey, wenigstens zwei gute Sachen dabei gehabt. Die Leiste füllt sich. Oh, das Symbol für Interesse ist aber auch schon sehr, äh... Blablabla, 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 blablabla. Fragen wir mal, fragen sie, wie sie wieder machen in der Beziehung. Ich will dich treffen. Von nun an gehen wir zusammen aus. Ja, ja. Oh. Was, wo gehst du hin? Wer wo? Hat sie noch was für uns? Ein philosophischer Kommentar, die nehmen wir. Blablabla. Okay, wir können nichts machen. Dann geben wir einfach mal in den Saal jetzt. Sie bimmelt einfach mal 10 Kilometer hinter uns her. Komm, gehen wir mal vor die Presse. Wir stehen da voll im Bild. Oh, wir sind noch nicht wirklich bekannt. Oh, okay. Dann gehen wir mal einfach mal in den Saal. Bitte nicht wieder so ein Liebesfilm gedudelt. Das finde ich jetzt echt sehr störend. Komm, gehen wir nach da. Ich sitz gerne hinten. Ich kann mit dir reden. Das machen wir natürlich auch. Das ist schon wieder so ein Liebesfilm. Ich krieg so viel. Aber gut, das Spiel ist ja noch in der Early Access. Und von daher, ich denke mal, wir werden noch ein bisschen mehr kommen. Ich freue mich schon noch, wenn alles raus ist. Ich würde ganz gerne noch mal andere Kanaltypen betreiben. Einfach mal, ja. Neben Gameplay und Vlogs einfach einfach noch so Sachen wie... Okay, das war schon. Ich wollte gerade einfach zu quatschen. So, Kochkanal und sowas finde ich mal ziemlich cool. Hätten wir dafür die Küche, würde ich sagen. Ey, ich mache hier auch. Okay. Bearbeiten wir das Video. Vlog, Raute, Raute Plus, Raute 2. Ähm, Kino. Kino und mehr. Mehr. Ja, so. Schneiden wir das Ding mal zusammen. Ja, das wird nicht. Passt ja von hinten nicht. Komm, der Schnitt macht das schon. Ja, das laden wir einfach mal hoch. Ich habe noch eine neue Karte. Oh, ein Urhebergeschäftsmusik-Pio. Ich würde auch sagen, komm. Wir machen mal einen Kurs. Wir haben kein Geld für den Kurs. Gehen wir arbeiten. Was? Dein Zuhause? Achso, wir können hier nochmal umziehen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Da hatten wir zwei Arbeitsplätze da. Wir müssen dann nicht mehr lernen. Kurse, Mitbewohner. Ja, komm. Erstmal Geld verdienen. Wieso nicht? Wieso geht das nicht? Egal. Nein. Wir sollten auch gerne mal Spiele für diese Sega-Konsole kaufen. Oh ja. Wir müssen pennen. Ich sehe es auch gerade. Von der Wohnung sehen wir ja noch weniger als von unserer alten. Oh, schöne Gegend. Genau, schlepp dich ins Bett. Und ratz mir eine Runde. Kommentare. Spatman. Ich habe dieses Video geliebt. Cool. Geilste Kommentar. Das ist der geilste Kommentar. Ganz ehrlich. Ich würde mich freuen, wenn wir solche Kommentare bekommen. Einfach, wo einfach nur steht. Cool. Das wäre sowas von genial. Ich kann nicht auch für das Video schauen. Ich pisse mir die Augen. Ja. Ich wünsche mir wirklich Kommentare für uns. Das wäre geil. So. Wir müssen was phrasen. Brot und Wasser haben wir immer da. Das ist schon mal sehr gut. Und ich nehme. Komm. Wir nehmen. Ein Salat. Mhm. Dann nehmen wir noch ein Gameplay Video auf. Und zwar spielen wir... Und zwar spielen wir... ... Untertitelung des ZDF, 2020